Servus Leute, heute habe ich zwei Raids für euch auf Customs, in denen bin ich auf der Suche nach Rishala, um ihn zu töten und drei seiner Wachen ebenfalls, um ein bisschen näher an den Kappa-Container zu kommen. Ich kann so viel verraten, Rishala ziert sich ziemlich, aber es gab einiges an PvP und waren sehr unterhaltsame Raids und die wollte ich euch wie immer nicht vorenthalten. Ich bin übrigens lanze-technical-lifeof-trick-trick.tv slash outsider, würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment, lasst mal ein Follow da und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen, Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video und jetzt viel Spaß. Ich muss ihn killen und, ich glaube, er hat drei seiner Wachen. Dann habe ich zwei Quests fertig. Das ist doch bloß eine Auflage von meinem, oder eine Neuauflage von meinem Settings Guide, aber ja, ey, wenn es hilft, genau deswegen mache ich es. Freut mich. Die goldene Titel, die habe ich schon, ja. Und hier haben wir ihn zusammen. Oh, die HK416 ist schon gut. Bisschen wenig Ergo. Gibt es da für irgendwas? Hmm. Sie haben niemanden drin. Was ist das? Ich glaube, er ist nicht hier. Oh, fast verkackt. Hey, woman. Und hier noch ein. Und hier noch ein. Ich muss uns weiter reingehen. Echt jetzt? Okay. 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 Oh, hier schreit irgendwas. Was bist denn du hier? Nicht nur bist du am Scaf gestorben. Eieieiei. Oh, nice. Was ist das für eine Maske hier? Die ist ja sick. Oh, eine Geselle. Junge. Schau her. I take it. Ist okay. Und der Red Rebel hat einen. Fünfer. Ja, passt. Passt. Ohne Mist, ey. Hat ihm der Scaf ordentlich eine gegeben. Mit einer SKS, okay. Geselle ist mit die beste Amor, die du im Moment haben kannst. Weil die hier auch Dreier hat, weil sie recht leicht ist. Und sie ist recht teuer. Also sie ist teuer, weil sie alle für die Quest brauchen. Aber, ähm. Deck Protection und recht leicht, das ist schon nicht schlecht. Oh, die Maske ist nice. Ah, die hat sogar Armor. What? Die ist sogar Level 2? Eyes, Jaws, Face. What? Okay, krass. Mal schauen, was das Ding kostet, ey. Death Shadow. Hat sogar Armor. Okay. Schnappe das Ding. Okay, Koff. Okay. Alle nix. Das Gute ist mit der Gesell, ich bin jetzt nicht Overweight. Okay. Geh mal und schauen, ob... ...ob Rishala vielleicht noch am Fortnox ist. Ich meine, diese Maske kann ich maximal vor Pistole oder das Shotgun bewahren. Contact 2 war noch nie wirklich geil. Okay. Oh. Oh? Oh man. Boah, hockt da noch ein Spieler, ne? Nix, Vijui, lass mich in Ruhe. Ich muss einmal kurz Amo machen, dann wieder Vijui. Ich muss einmal kurz Amo machen, dann wieder Vijui. Ja, okay, in 1851, keine Ahnung, bestlocked und nur craft. Ich habe auch noch nicht wirklich nachgeschaut, Viki weiß vielleicht mehr. Ich glaube, als ob jetzt hier noch der Scaf Boss ist, neben dem. Wie im Leben. Ich hatte jetzt einmal, dass sie da unten drin standen, komplett. Nicht der Fall. Okay, ich glaube, wir gehen raus hier. Schattenwolf macht's gut, man sieht sich. Moin Chuck. Also hat man schon. Haben wir auch Hallo YouTube? Ach komm. Hallo YouTube war doch ne nette kleine Runde mit etwas PvP. Kann man doch nicht meckern und der HK416 im Fullmod. Kann man doch nicht meckern. Macht mal Hallo YouTube, verewigt euch. Genau. Wundervoll. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Kills. Passt. 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 Ah, das ist ein Klassiker. Ganz mit ist verbuggt, oder? Nein. Hast bloß irgendwas übersehen. Farbe vom Griff, das kann halt auch sein. Irgendwie sowas. Das fällt einem dann auf und dann denkt man sich, äh. Ja, ich hasse es. Da liegt einer rum drauf. Oder? Hat sich auch kein Millimeter bewegt, ey. Wild. Den haben wir auch. Oh, war wohl ein Headshot, hä? Ja. Oh, war wohl ein Headshot. Oh, war wohl ein Headshot. Oh, war wohl ein Headshot. Das war's für heute. Ich bin ja schon wieder bei 4 Kills. Hey, Monge. Team Alert. Ah, was? Die waren Full Gear. Ja, was willst du machen? Diese bronzene Pocket Watch ist aber auch echt schwierig. Immer kämpft da einer. Der wollte gerade aufsperren. 100 Pro. Hier ist aber auch schon wieder eine Party of Customs. Der hat noch nicht aufgesperrt. Der war noch nicht dran. Der Schlüssel hat er noch. Kann ein Scaff gewesen sein, die Tür. Okay. Trim. Normaler Skeffner Das war ein Spieler Wir müssen das Ammo machen Wir müssen das Ammo machen Aber immer noch was los, ne? Die Sache ist die Ich will volle Magazine haben Wenn ich auf Rishala treffe Bringt mir nix, wenn ich da mit 3.30ern ankomme Auch nicht mehr Overweight, nice genug Ammo verballert Ich muss einen Stein hören, ich glaube Der ist wieder nicht, der ist wieder nicht hier Eigentlich müsste man auch mal Rishala schreien hören dann Easy One, Mac Tor, CRV, ne 6er Hammer? Ne, aber du kannst 6er Plates reinpacken Also die Tor an sich Die hat 3er Aramid Am Plates kannst du halt reinpacken, was du willst Normalerweise hat sie, glaube ich, 3er Äh, Lee, ja, es leckt Oder leckt auch mal nicht, aber keine Ahnung Bis jetzt hat es nicht gestimmt Ich meine, hier ist das Rishala, der da dransitzt am MG Nee, der Packer hat bloß eingenäht Eine Presseweste geht Ich sehe keine Anzeichen von Rishala Passt Okay, go Guck mal Ich hoffe, er sieht mich jetzt nicht Hinten kommt einer gelaufen Hey Games, servus Hier kommt mir jetzt gleich einer entgegen Disconnect dem Stash Zurück zum ersten Mal Weiß ich, ob er schon durch ist Egal, soll mir washed sein Wir resetten Wir resetten Wir resetten Wir resetten Wir resetten Seba schlaft gut Die HK geht ganz gut, ja, kann man so sagen Kann man so sagen Ja, einmal kurz fünf Leute mitgenommen Die HK geht ganz gut, ja, kann man so sagen